Für die Niederlande ist es das erste Pflichtspiel nach der verpassten Weltmeisterschaft in Russland. Dabei steht Oranje vor einer großen Aufgabe, schließlich geht es in Paris gegen keinen geringeren als den frisch gebackenen Weltmeister Frankreich. Die Gegnung der Nations League findet am Sonntag, den 9. September um 20.45 Uhr im Stade de France statt. Beide Nationen sind die Gegner des DFB-Teams in Liga A. Die Franzosen nahmen am vergangenen Donnerstag beim 0-0 gegen Joachim Löws Nationalmannschaft mit Glück und Geschick einen Zähler mit nach Hause. Die Equipe Tricolour trat dabei ähnlich wie bei der WM in Russland auf, nur fehlte dieses Mal die Effizienz vor dem Tor von DFB-Kapitän Manuel Neuer. Am Ende konnte ein spielbestimmendes Deutschland die französische Defensive von Chefcoach Didier Deschamps allerdings nicht knacken. Nun will der Weltmeister gegen die Niederlande seinen ersten Sieg nach dem WMQ einfahren. Ein Großereignis ohne die Niederlande war lange undenkbar, die WM 2018 war jedoch ein solches Turnier. Nun soll ein Neustart erfolgen, Routiniers wie Arjen Robben und Wesley Snyder haben ihre Nationalmannschaftskarriere beendet, dagegen lastet auf Youngstern wie Memphis Depay große Hoffnung. In der französischen Hauptstadt steht das Team von Ronald Kühlmann nun vor einer ersten großen Herausforderung. Weltmeister Frankreich lädt zu seinem ersten Heimspiel in den Nations League. Goal liefert alle Infos zur Partie gegen die Niederlande, unter anderem auch, wo die Partie im TV- oder Livestream zu sehen ist. Les Homs de Didier Deschamps und effektuell unzähl und sur la Palouse du Stade de France. September 2018 Frankreich vs. Niederlande, der Nations League kracher auf einen Blick Nations League, Frankreich vs. Niederlande live im Twach, dem das torlose Unentschieden Frankreichs bei Ex-Weltmeister Deutschland am Donnerstag live im Free-TV übertragen wurde, müssen Fußballfans von einer TV-Übertragung wieder Abstand nehmen. Da ist die Begegnung zwischen den Franzosen und den Niederlanden ein echter Hingucker. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben allerdings keine Ausstrahlungsrechte für das Nations League-Spiel. Kleiner Trost, wenn Oranje im Oktober in Amsterdam auf das DFB-Team trifft, wird das deutsche Fernsehen diese Partie live übertragen. Eine Alternative gibt es natürlich trotzdem. Das Spiel Frankreich vs. Niederlande könnt ihr am Sonntagabend im Livestream sehen. Nations League im Livestream, Frankreich gegen die Niederlande Das Streaming-Portal der ZN hat die Übertragungsrechte für die Partien des neu eingeführten Formats der UEFA Nations League. Für den Kracher der beiden europäischen Nationen könnt ihr euch also dort bedienen. Frankreich vs. Niederlande im Livestream bei DASN um die Partie live sehen zu können, müsst ihr nichts weiter tun, als kurz vor Anstoß. Dieser erfolgt am Sonntag um 20.45 Uhr, der ZN und den Stream aufzurufen. Guido Hüste moderiert als Kommentator fungiert Lukas Schönmüller zusammen mit Experte Alexis Menjutsch. Zur Info, ein DASN-Abo kostet euch nur 9,99 Euro pro Monat. Der erste Monat ist dabei kostenlos, ihr könnt euch also zunächst einmal überzeugen, ehe ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließt. Und seit 2018 zeigt die AZN auch die Partien der UEFA Champions League und der UEFA Europa League. Frankreich empfängt die Niederlande, der Live-Dika natürlich offeriert Goal, auch zum Nations League-Duell zwischen Frankreich und den Niederlanden einen Live-Dika, sofern ihr das Spiel nicht Livestream anschauen könnt. Ihr seid ein absoluter Fan von statistischer Spielanalyse. Dann seid ihr im Live-Dika genau richtig. Hier könnt ihr nämlich alle Fakten sofort und auf einen Blick einsehen. Frankreich, Niederlande, die Aufstellungen von Leblüs und Oranier Aufstellung Frankreich Welche Elf-Weltmeister-Trainer die Dier Deschamps im Stade de France aufs Feld schickt, erfahrt ihr rund eine Stunde vor dem Anpfiff genau hier. Aufstellung Niederlande Die Mannschaft, die den amtierenden WM-Gewinner stürzen soll, wird Trainer Kühlmann gegen 19.30 Uhr bekannt geben. Kurz danach findet ihr sein Line-Up genau hier. Nations League Die Personalsituation bei Weltmeister Frankreich gegen Deutschland agierte die Stammmannschaft, die im Juli in Russland überzeugt hatte. Gut möglich, dass Deschamps auch im Heimspiel gegen Oranier auf den Kern seiner Weltmeisterelf setzt. Der französische Kader in der Übersicht Raphael Varane Angriff FC Barcelona Olivier Giroud Mittelfeld Angriff FC Chelsea Antoine Griezmann Mittelfeld Angriff Atletico Madrid Kylian Mbappé Mittelfeld Angriff Paris Saint-Germain Nations League Die Personalsituation bei Der Niederländer Niederländer Der Niederlande In der Übersicht Spielerposition Verein Jasper Zulessen Torwart FC Barcelona Sergio Pat Torwart FC Groningen Jeroen Sö Torwart PSV Einhofen Nathan Acker Abwehr FC Bonn Mit der Leblen Abwehr Ajax Amsterdam Matthies Delikt Abwehr Ajax Amsterdam Stefan De Vrij Abwehr Inter Mailand Der Röjan Matt Abwehr FC Watford Kenny Tete Abwehr Olympique Lyon Patrick Van An Holt Abwehr Crystal Palace Virgil Van Dijk Abwehr FC Liverpool Frenkie De Jong Mittelfeld Angriff Ajax Amsterdam Marderone Mittelfeld Angriff Atalanta Bergamo Davy Prepper Mittelfeld Angriff Breiten Niederlande Die vergangenen Duelle Datum Wettbewerbergebnis 31. August 2017 Freundschaftsspiel Frankreich Niederlande 4 zu 0 10. Oktober 2016 WM Qualifikation Niederlande Frankreich 0 zu 1 25. März 2016 Freundschaftsspiel Niederlande Frankreich 2 zu 3 5. März 2014 Freundschaftsspiel Frankreich Niederlande 2 zu 0 13. Juni 2008 Europameisterschaft Niederlande Frankreich 4 zu 1 Was ist die Nations League? Der neue Wettbewerb in der Übersicht das Interesse an Spielen der Nationalmannschaften außerhalb von großen Turnieren hat über die Jahre Start nachgelassen. Aus diesem Grund wurde die Nations League eingeführt, die die Freundschaftsspiele zu einem großen Teil ersetzt und zu einer höheren Attraktivität der Spiele führen soll. Großer Vorteil, die einzelnen Mannschaften spielen gegen gleichwertige Gegner, wodurch sich auch der Nutzen für die Teams erhöht, da die Guten ihr Leistungsvermögen unter Beweis stellen können und die Schlechten nicht serienweise verlieren. Die Nationalmannschaften aus Liga 1 spielen deshalb mit einem Team pro Gruppe weniger, damit sie weiterhin gegen international starke Teams testen können. Vor großen Turnieren wie einer EM oder WM finden dann zusätzlich alle anderen Teams auch Zeit, Freundschaftsspiele auszutragen. Durch das Turnier wird es aber keine höhere Belastung für Spieler und Vereine geben, da alle Partien in den internationalen Spielkalender integriert sind. Im Gegenteil, dieser neue Wettbewerb soll die Belastung sogar reduzieren. Die Ligen der UEFA Nations League setzen sich wie folgt zusammen, Liga A und B, vier Gruppen A, drei Mannschaften, Liga C, eine Gruppe A, drei Mannschaften, drei Gruppen A, vier Mannschaften, Liga D, vier Gruppen A, vier Mannschaften, in jeder Gruppe spielt jeder gegen jeden in Hin- und Rückspiel. Gewertet wird ein Spiel mit der bekannten 3-Punkte-Regel. Nachdem alle Spiele beendet sind, wird abgerechnet. Dabei steigen die vier Gruppensieger eine Liga auf, die vier Gruppenletzten eine Liga ab, spielen bei der nächsten Ausgabe also eine Liga höher oder tiefer mit. Die vier Gruppensieger von Liga A spielen den Turnier Sieger aus. In einem Modus mit Halbfinale und Finale wird hierbei ein Gewinner gekürt. Diese Endrunde findet in einer der qualifizierten Nationen statt, wo genau, wird dann noch von der UEFA bekannt gegeben. Die Auslosung für die Endrunde findet Anfang Dezember 2018 statt. In der Sommerpause 2019 steigt dann wiederum die Endrunde, vom 5. bis 9. Juni. Punkt. Nations League, Liga A und Liga B im Überblick Liga A, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, Gruppe 4, Deutschland, Belgien. Portugal, Spanien, Frankreich, Schweiz, Italien, England, Niederlande, Island, Polen, Kroatien, Liga B, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, Gruppe 4, Slowakei, Russland, Österreich, Wales, Ukraine, Schweden, Bosnien und Herzegowina, Irland, Tschechien, Türkei, Nordirland, Dänemark, mehr zu Frankreich und der Niederlande. Untertitelung des ZDF, 2020